Herzlich Willkommen zum Zweikampfsofa und Neverwinter und mit Modul 22 hat uns eine neue Schatzlade erreicht, die ich jetzt öffnen möchte, die Schatzlade der Gebeine. 84 Stück habe ich davon und wir gucken mal eben, was da so drin sein kann. Das Interessanteste ist natürlich das mythische Reitier verstärkter Knochen-Golem, den es natürlich in legendär gibt, einen Gefährten, den Leech, Thermaluna Handelsbahn und so, der Rest ist relativ gleich geblieben, gibt noch keine Verzauberung oder sowas, wir schauen einfach mal, öffnen. Alexandrit Würfel der Verstärkung, Alexandrit Würfel der Verstärkung, Insignie, Reitieraufwertungsmangel, Alexandrit Schriftrolle des Lebens, Alexandrit Insignienpulver, Alexandrit Neuwürfelmarken, Alexandrit Insignienpulver, Insignie, Gefährtenaufwertungsmarken, Insignie, Reitieraufwertungsmarken, Alexandrit Geschenk des Gins, Insignie, Insignienpulver, Insignie, Reitieraufwertungsmarken, Alexandrit, Reitieraufwertungsmarken, Insignie, Geschenk des Gins, Insignie, Würfel der Verstärkung, Insignie, Würfel der Verstärkung fängt gut an, Insignie, Neuwürfelmarken, Majestätische, Insignie, Würfel der Verstärkung, Insignie, Gutschein für die Gilde, Alexandrit, Gefährtenaufwertungsmarken, Alexandrit, Reitieraufwertungsmarken, Alexandrit, Neuwürfelmarken, Insignie, Neuwürfelmarken, Alexandrit Gutschein, Insignie, Würfel der Verstärkung, Insignie, Schriftrolle des Lebens, Insignie, Geschenk des Gins, Alexandrit Gutschein, Alexandrit, Schriftrolle des Lebens, und Alexandrit, Insignienpulver, Alexandrit, Geschenk des Gins, Insignie, Gefährtenaufwertungsmarken, Insignie, Neuwürfelmarken, Insignie, Würfel der Verstärkung, Insignie, Neuwürfelmarken, Insignie, Geschenk des Gins, Insignier, Gutschein, mein Gott, Insignie, Würfel der Verstärkung, Insignie, Würfel der Verstärkung, Insignie, Insignienpulver, Alexandrit, Neuwürfelmarken, Alexandrit, Gefährtenaufwertungsmarken, Insignie, Würfel der Verstärkung, Alexandrit, Insignienpulver, Alexandrit, Neuwürfelmarken, Yes, das mythische Reittier, Verstärkter Drachenknochen-Golem, yes, haha, Alexandrit, Gefährtenaufwertungsmarken, Alexandrit, Großer Gutschein, Berufsvorräte, Alexandrit, Insignienpulver, Insignie, Reittieraufwertungsmarken, Alexandrit, Geschenk des Gins, Insignie, Reittieraufwertungsmarken, Alexandrit, Gefährtenaufwertungsmarken, Insignie, Schriftrolle des Lebens, Insignie, Gutschein, Alexandrit, Neuwürfelmarken, Insignie, Schriftrolle des Lebens, Insignie, Neuwürfelmarken, Insignie, Schriftrolle des Lebens, Insignie, Insignienpulver, Insignie, Gefährtenaufwertungsmarken, Alexandrit, Würfel der Verstärkung, Insignie, Schriftrolle des Lebens, Insignie, Geschenk des Gins, Insignie, Insignienpulver, den Gefährten auch Alexandrit, Insignie, Reittieraufwertungsmarken, Alexandrit, Insignienpulver, Insignie, Reittieraufwertungsmarken, Insignie, Schriftrolle des Lebens, Insignie, Geschenk des Gins, Alexandrit, Geschenk des Gins, Alexandrit, Schriftrolle des Lebens, Alexandrit, Gefährtenaufwertungsmarken, Ex-Signie, Geschenk des Gins, Insignie, Schriftrolle des Lebens, Insignie, Insignienpulver, Insignie, Reittieraufwertungsmarken, Alexandrit, Geschenk des Gins, Alexandrit, Geschenk des Gins, Alexandrit, Gutschein, Alexandrit, Schriftrolle des Lebens, Ah, Insignie und Geschenk des Gins, kein Gefährte der Leech. Okay, aber wir haben das mythische Account Reitier, Alexandriten, lilane Insignien, 100 Reitieraufwertungsmarken, 80 Gefährtenaufwertungsmarken, 110 Neuwürfelmarken, Gutscheine für die Gilde, jede Menge, 12 Würfel der Verstärkung, nochmal Insignien in blau, 42 Geschenke des Gins, wow. Cool, die kann man jetzt auch in anderen Gebieten abgeben, insofern alles schick. Grüne Insignien, Insignienpulver und 33 Schriftrollen des Lebens. Okay, das war ja schon mal gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, mit der Schatzlade kann ich nochmal weitermachen. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!